Hallo, so auf zum Mann und Körper Space Program und wir müssen das letzte laden. Wie könnte ich denn was war da? Ich glaube, die kann ich nicht benutzen nicht da? Nehmen wir mal laden und ja, was machen wir? Ich glaube ja, die sehen gerade aus aber ich glaube, ich muss noch riskieren, dann nochmal starten hier kann es sein, dass es wieder kippt, weil der Schwerpunkt wieder weiter nördlich ist so 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 103 so 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 Wieder man wie u wie Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum habe ich jetzt nicht gespeichert? Na gut, dann... Ich bin wirklich gespeichert... So... So... Äh... Oberfläche um noch ein... Äh... St... Station... So... 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 Ach... So... Oh, ich glaube da bin ich ein bisschen hoch... So. 12.000 12.000 60.000 30.000 35.000 Das ist noch ein ganzes Stück. Moment. Bei 6,7 könnte ich mir schon mal Rekrograd Steuerung und dann wirklich bremsen, bremsen, bremsen. Okay. Also geht es darum, jetzt langsam aufzupassen. Okay. 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 10 Kilometer sind eine Menge, ich glaube mehr komme ich wohl nicht 10 Kilometer sind. Sooo, jetzt muss ich... Ähm... Ne, rückläufig... Na, soo... Muss ich praktisch... Oh, nie, nie, nie... Sooo... 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 Sooo...